Das ist ein Kerl, der richtig toll ist. Da denkt man, man lebt in der schönsten Stadt der Welt und dann kommt man nach Mergen. Ach, Quatsch! Da braucht man schon wieder was zu umhören. Ich bin doch der, der sich versteckt hat. Das heißt ja, die deutsche Variante mitnehmen können. Ja, auf der Rückseite. Ja, die nächste Variante mitnehmen.